So, willkommen zurück zu The Legend of Zelda The Wind Waker. Ähm, ich hoffe jetzt ist das halbwegs so synchron. Kein blassen Schimmer. Wird man sehen. Auf jeden Fall, ähm... Machen wir weiter, ja? Und was haben wir gerade gemacht? Wir waren am Inselnerkunden, so wie ich das gerade sehe. Und ja, genau sowas haben wir gemacht. Okay. Dann würde ich einfach mal kackendreist sagen, dass wir weitermachen. Wird da zumindest ziemlich sinnvoll sein, denke ich mal. Äh, eine Triforce-Card hatten wir bisher, oder? Mhm. Mal gucken, wo die anderen sind überhaupt. Ich hab keinen blassen. Nicht oben, okay. Ähm, schön. Dann müssen wir wohl... Erstmal drei reinmachen ohne eine Triforce-Card. Och, oh man. Na gut. Einfach so ein paar Inseln abgedauben. Ist ja auch schön, nicht wahr? Ja, ich denke schon. Also, ähm... Bla, genau. Ach Gott, ich bin wieder vollkommen raus. Ich weiß nicht, Zelda ist irgendwie sowas, was ich selten aufnehme. Ich weiß nicht, warum. Ich nehme das jetzt hier auch erst auf, nachdem ich den letzten... den aktuellsten Part hochgeladen habe. Sprich, das ist Part... 48 hier jetzt? Ich weiß es gar nicht. Doch, ich glaube schon. Und Part 47 ist auch schon oben. Seit... letzten... ähm... Donnerstag, Mittwoch, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich kommt dieser Part ja dann mittwochs. Also am Mittwoch kommt der ja wahrscheinlich, denke ich mal. Ist ja auch scheißegal, das ist egal. Auf jeden Fall müssen wir in südliche Richtung segeln. Und uns treffen zu lassen. Oh, das war knapp. Und, äh... Schauen, ob wir eine Insel finden. Was an sich nicht so schwer sein sollte, eine Insel zu finden im Süden, aber... Ähm... Naja, man weiß ja nie, ne? Ob wir das auch schaffen. Hm... An sich habe ich schon mal nicht viel zu erzählen, weil... Keine Ahnung. Das bedeutet, dass ich eigentlich einfach schneiden könnte. Ach komm, gelesen wir den Sonnenaufgang. Wo auch immer die Sonne aufgeht. Sonne, wo gehst du auf? Zeige dich. Hm, aber das ist doch vorne das Insel, oder? Ich denke mal, das ist die Insel. Wird ja wohl kaum diese beiden... Dingssiehster sein. Also wohl wahrscheinlich... Das. Was ist das, die Insel, an die ich gerade denke? Ich weiß es gerade nicht. Ist das jetzt diese Insel, oder ist das eine andere Insel? Ähm... Ja, doch, das ist die Insel. Die würde ich gerne erstmal auslassen. Erkunden... Wir können sie schon mal auf die Kompass nehmen, auf die Karte nehmen, aber... Ähm... Ich würde sie gerne erstmal auslassen. Das ist nämlich so ein Flugbewerb, und dazu müssen wir erstmal unsere Magieleiste verlängern, damit wir da auch eine... Ups, da... Fast verpeilt, dass ich hier das füttern muss. Damit wir auch eine Chance haben, da zu gewinnen. Warum ist das Wasser so grau? Das ist ja grausam. Ähm... Weil... Ohne Magiele... Ohne Verbesserte Magieleiste kommen wir nicht bis zum Schluss. Und natürlich müssen wir bis zum Schluss kommen, um auch was zu bekommen. Also... Wenn wir die Magieleiste verlängert haben, dann können wir das hierhin nochmal. Darum mache ich das in den Schnelldurchgang. Also, bla bla, kennen wir bereits. So, wie heißt diese Karte denn? Äh, die Insel? Äh, ich glaube... Ja, genau, Flugplatz. Ganz simpel eigentlich. Der Flugplatz ist das, genau. Sehr schön. Oh Gott, wie spricht der nochmal? Auf der Insel namens Draconia, etwas westlich von hier, liegen jede Menge Felsbrocken und Geröll herum. Früher hieß es, dass sich darunter so mancher Schatz lenden lässt. Und das stimmt vielleicht auch heute noch. Also rate ich dir, dich allergründlichst umzusehen. Dann findest du sicher auch was. Bla bla bla, Kinderweizen. Okay. Also, wie er gesagt hat, westlich haben wir Draconia. Darum werden wir da jetzt auch hindüsen. Weil den Flugplatz machen wir eben erst noch nicht. Den machen wir später. Irgendwann mal. Äh, jetzt weiß ich aber nur nicht, ob wir auf Draconia jetzt irgendwas großartig machen können. Weil im Grunde haben wir die Insel ja schon mal besucht. Wir können natürlich gucken, ob wir da vielleicht noch irgendwas Neues finden, aber... Ganz sicher bin ich mir da gerade nicht, ob wir da auch was Neues finden können. Müssen wir auch mal gucken. Vielleicht gibt's was, vielleicht auch nicht. Wer weiß das schon. Und sonst würde ich gerne noch mal einen Terrier-Handler besuchen bei Draconia, weil ich möchte gerne die, ähm... Möwenfrüchte haben, wo wir deine Möwe kontrollieren können. Ich glaub, die brauchen wir auch noch mal irgendwo. Auch für eine Triforce-Karte. Und warum labere ich jetzt eigentlich für den ganzen Weg rum und, äh, schneide nicht? Ach komm. Na gut. Bei der nächsten Insel schneide ich dann wieder. Ich mein, müssen wir jetzt hier keinen Fisch suchen. Hm, aber da hinten sind ein paar stachelartige Teile. Vielleicht gibt's da ja doch was, wo wir runterspringen können. Ich weiß es nicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Müsste mal gucken. Ich weiß es gerade nicht genau. Aber es sieht aus, wenn da irgendwas sein... Oh, da ist ein Schatz. Oh. Ähm. Da möchte ich jetzt gerade mal kurz eine Karte aufrufen. Ich weiß aber nicht, welche Schatzkarte das ist jetzt. Na komm. Steuerung. Auch irgendeine Schatzkarte, die müsste dann zu Draconia passen. Das ist eine Delfininsel, okay. Ähm. Und ich mach hier, wo wir unsere Draconia rein, damit wir vergleichen können. Diese Karte hier. Da können wir den Schatz gleich mal bergen. Also langsam ranpirschen. Ganz langsam. Noch langsamer. Oh, hier muss es sein. Schon mal den Greifhaken ausrüsten. Und hier greifen. Oder? Ja, genau. Eine Schatzkarte haben wir somit erfüllt. Juhu. Mal gucken, was drin ist. Das können sehr viele Rubine sein. Das kann auch ein Herzteil sein. Oder irgendeine andere Scheiße. Weiß er schon. Ich hoffe noch, die auf Rubine. Also auf mindestens zwei Art Rubine oder so. Ja, ein silberner Rubin. Zwei Art Rubine. Hey, das war geraten von mir eigentlich nur. Sehr gut. Aber zwar, die Rubine sind doch nicht schlecht geschenkt, oder? Nö, definitiv nicht. Finde ich supi. So, mal kurz hier so vorbei. Komm, erstmal nochmal so scharf rechts. Und so, mal gucken. Haben wir hier irgendwo einen Terry-Händler? Es sieht gerade nicht so aus. Na gut. Gucken wir uns trotzdem auf der Insel mal um. Ähm, weil ich weiß gerade nicht, ob hier vielleicht irgendwas sein könnte. Jetzt schmackt die Kamera wieder so rum und will nicht, wie ich will. Kamera, könntest du bitte nicht? Ich passe aktiv hierher gehen. Na, tut's wahrscheinlich nicht. Dann muss er den Bogen nutzen, um da mal hochzugucken. Ich weiß nicht, ob wir da schon mal abgesprengt hatten. Bin ich gerade nicht so sicher. Na, komm. Vielleicht unter dem Felsen war irgendwas noch über dem Felsen. Bin ich gerade nicht ganz sicher. Muss ich nochmal gucken alles. Ah, doch, da ist eine Truhe. Genau. Die Truhe war nämlich auf dem Felsen drauf und die haben wir jetzt runtergeballert. Sehr schön. Ich wusste doch, dass hier irgendwo irgendwas ist. Also, dass wir noch ein paar Sachen hier erkunden können. Nochmal zwei Rubine. Juhu. Wow, jetzt läuft's aber sehr gut. So, äh, wir können auch Bomben nutzen. Also hier die, ähm, Steinerbünen theoretisch. Ich buche trotzdem nochmal hier oben am Berg rum, ob da irgendwo was sein könnte, weil man weiß ja anscheinend nie, wie man gesehen hat. Diese kleinen Felsen, die können wahrscheinlich eh nix. Und, ja, komm. Gehen wir die mal hoch ins, äh, Dörfchen, sag ich mal. Und gucken, ob wir da was finden. Moment, das mach ich jetzt schneller. Ups, am Gegenwind. Ach genau, warum hab ich aber nicht die Kisten nehmen? Die stehen auch extra dafür da. Meine Güte. Ey, ähm, wie ist du? Kumori, ne? Oder sowieso? Link, weißt du vielleicht, wo Medoli ist? Merkwürdig. Dabei hab ich dir doch extra diese Blume gepflegt, um sie zu überraschen. Ich weiß, wo sie ist, ähm, aber ich glaub nicht, dass du erfahren bist, wo sie ist. Tut mir leid. Tut mir sehr leid. So, irgendwie. Komm, wir haben ja ein paar Gramm angefangen, haben schon 1300 Rubin, ey. Wow. Echt krank. Wurde er grad angefangen? Ja, ach, nix, noch im ersten Part. Äh, gucken, was haben wir denn hier draußen? Ich muss auch mal alles rumgucken. Weil ich bin grad nicht mehr ganz sicher, wie das alles hier war. Ach, das war der Innenbereich hier. Ähm. War da oben irgendwas? Ich glaube nicht, weil so einfach hinkomm ich da nicht. Also ich glaub, hier war schon mal nichts zu tun. Ne, da hatten wir, das war ja der Weg zum Dungeon, genau. So, da hinten war Komoris Zimmer. Da müssen wir, glaub ich, auch nix machen, weil der steht da draußen. Da wird's wahrscheinlich nix geben. Aber oben auf dem Berg könnte es noch was geben. Haben wir schon mal das mit dem Briefversortieren gemacht? Ich weiß es gar nicht. Können wir gleich mal gucken. Hallo Papi, ich geh mal kurz vorbei. Briefe, haben wir schon Briefe sortiert? Ich weiß es grad echt nicht. Ansonsten mach ich es ja einfach mal so. Ach, jetzt sind wir hier oben. Achso, okay. Gibt's hier vielleicht irgendwas zu entdecken, so direkt vor dem Zaun? Ey, da oben ist Walou. Hallo Walou. Na, ich glaub, der antwortet mich nicht. Nee, vor allem, weil Link ja auch so gesprächig ist, allgemein. Er hat ja so eine Wortvielfalt immer, die er sagt. Also, ja, gar keine. Er sagt ja eigentlich überhaupt nix, ne? Der kleine Link ist sprachlos. Na, sowas aber auch. Und so kommt er durch die Welt. Und auch nur ein Wort zu sagen. So, da hinten ist doch irgendwas. Was machst du denn da? Oh, Mensch. Fernrohr. Hm, ein Baum. Ein Vogel. Also dafür muss er irgendwie zu dem Baum da kommen. Ich glaub noch nicht, dass rüberfliegen reicht. Und vor allem, was bringen wir es dann zum Baum zu kommen? Das ist ja auch die andere Sache. Ich kann's versuchen, wenn wir hier fertig sind. Also, ne? Mal gucken. So, hier war sonst nichts. Da kann man rüberhangeln. Oder rüberfliegen. Das geht gerade, weil der Wind passend ist. Aber ich glaub, sonst war hier oben auch nichts mehr. Hier war ja einst Medoli. War einst. Ja, jetzt nehme ich nicht mehr. Genau. Und was ist hier oben? Vielleicht auch mal was cooles. Ach, so ein Überblick über die Insel. Woohoo! Aber sonst gibt's hier auch nix. Na, von hier könnten wir nochmal vielleicht das Ding abschießen. Aber das ist ja jetzt abgeschossen bereits. Ne, hier gibt's nix mehr. Okay. Dann versuch ich gleich mal hier da runter zu fliegen. So. Runter. Runter. So. Hier muss ich ja jetzt leider hangeln. Also rüberfliegen so. Bla. Nicht wahr. Genau. So. Und jetzt muss ich gucken, ob ich da rüberkomme mit dem Blatt. Aber nicht mit so wenig magischer Energie. Das sieht schon besser aus. Ja, wenn die magische Energie hier gebunkert wird, dann sollte es an sich möglich sein, dort rüberzukommen, oder? Ich mein, dann ist sie ja absichtlich da. Ich weiß es grad gar nicht genau. Ich glaub, ich hab's auch noch nie versucht für... Ich kann mich zumindest nicht dran erinnern, aber irgendwas muss da drüben sein. Irgendetwas. Und ich glaub, Ost ist am besten. Ah, ja. Irgendwie so ein... Ah, das ist... Nord-Ost-O-Nord wäre am besten, aber... Oder Nord-Nord-Ost. Ich weiß nicht, wie man das bezeichnet. Nord-Nord-Ost oder Ost-Nord-Ost oder... Kein Planung. Auf jeden Fall das Ding zwischen Nord-Ost, so. Wo kann ich den Vogel drüben? Das muss man abschießen. Ich glaub, der geht mir ziemlich auf den Sack dann. Gut, der ist schon mal weg. Ist schon mal eine Gefahr beseitigt. Äh, und da unten ist der Terry-Handler. Das ist auch schön. Also gibt's den doch hier. Ach, das klappt doch niemals, rüber zu fliegen, ganz ehrlich. Das klappt niemals, oder? Oder, oder, oder? Doch, es klappt, es klappt, es klappt. Das klappt irgendwie. Fein. Ach, muss ich jetzt da weiterfliegen, oder? Ah, oh Gottchen. Das noch. Ah, so will man, dass man hier wirklich weiterfliegt. Ich bin ja entspannt, was da hinten ist. Aber erst nochmal, äh, liegt das Windes machen. Ich freu' eine andere Windrichtung wieder. Wahoo! Oh Gott. Was da hinten ist, ich weiß es echt nicht. Ich kann das grad nicht sagen. Vor allem muss man hier an den Berg vorbeifliegen. Äh. Aber irgendwas ist da. Krieg ich dich? Na, egal. Geht schon so, hoffe ich mal. Hoffe ich. Oh shit. Reicht das wirklich? Versuchen. Versuchen. Oh Gott, wenn ich so schief fliege, schon mal gar nicht. Na doch, das reicht. Wenn der Vogel mich jetzt nicht nervt. Okay. Okay. Ah, jetzt machen wir dich. Okay. Sehr gut. Da war die Goldfeder, die runtergefallen ist. So, was steht jetzt hier drauf? Wahrscheinlich, ach so, wahrscheinlich da hinten fliegen, ne? Ja, genau. Mach da fliegen. Oh Gott. Einmal um den Berg geschickt. Hoffentlich gibt's auch was Schönes jetzt gleich. Ich hab kein... Ich weiß grad echt nicht, was es da gibt. Das weiß ich grad echt nicht mehr auswendig. Vielleicht gibt's ein Herzteil. Vielleicht eine Schatzkarte. Aber für eine Schatzkarte find ich das grad ein bisschen viel Aufwand. Ich weiß nicht. Aber wer weiß das schon. Wir gucken einfach mal. Was bleibt doch anders übrig, als zu gucken. Hm. Ein geheimer Eingang in den Berg. Was soll uns dieses sagen? Guck mal mal. Hm, oder auch nicht. Oh, nur ein Schatztroh. Das geht auch. Aber hier steht so vielleicht einfach so im Weg rum. Ich weiß nicht. Das kommt mir irgendwie ein bisschen seltsam vor. Die steht hier so verdächtig rum. Okay, es sind 50 Rubinen, oder? Ne, 100 sogar. Wow. Alter, wir haben... Wie viele Rubine wir grad kriegen, ne? Aber gut, ich hab kein Problem damit. Definitiv nicht. Und da ist eine... Kiste. Können wir die schieben? Ja, die können wir schieben. Ähm... Okay. Jetzt bin ich hier vorne. Hat mir das jetzt irgendwas gebracht? Einmal um die Insel rumzugehen? Ich glaube nicht. Nö. An sich sind wir fertig jetzt hier auf Tantopia, sobald ich das sehe. Das war's hier. Ach, Tantopia. Draconia. Meine Fresse. Jo, das war's hier. Okay. Okay. Wasserlaufen nochmal. Aus Langeweile. Just for fun. Ne, gut. Haben wir die Insel auch mal ein bisschen genauer gemacht. Ist ja auch schön. Nicht wahr? Ähm... Wer bist du denn? Stehst du da rum? Hab ich dir gar nicht gesehen vorhin. Da steht da ein Typ rum. Na, sowas aber auch. Ach, das ist der Typ, der beim... Ähm... 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 Okay, stimmt. Ich seh's. Ich seh's. Ich seh's. Du bist der Typ da. Hihi. Wie komm ich da bloß hinauf? Tja, kann man schon mal vielleicht hier? Ich wollte noch Zeitungsdienst machen. Also Brief sortieren einmal. Einmal! Also... Ne? Eigentlich sollte der Typ nämlich beim, ähm... Brief sortieren arbeiten. Aber hab ich das echt ausgelassen? Meine Fresse. Bin ich aber auch unvorbereitet auf Ansel.